Halli, Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Ultimate Chicken House mit dem Barry und dem Suchu und dem... Hallo. Servus. Ich hab eine Münze. Hm. Ah, hier gibt's überall Klebefelder. Ja, da war ja was. Ja, das ist richtig eklig hier. Ich mach da mal in die goldene Mitte eine Münze rein. Was sagt das über den Charakter aus? Entweder du holst dir die Münze oder du schaltest für irgendwelche Leute Items. Ah! Ah! Und die nächste holt sich die Münze. Vielleicht mach ich sogar beides. Oh. Ne, das hab ich gemacht. Oh, ich hab ne Hagen. Der Robohase. Der nicht mehr Robohase. Irgendwie. Ich glaub der einzigste der Punkte kriegt grad ist der Subcho, weil er Münze geholt hat, ne? Richtig. Ah, Subcho, diese, 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 diebische, die, das diebische Hütchen hier. Okay. Ah, jetzt wird's wenigstens. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Handschuh funktioniert, wisst ihr auch nicht, oder? Ich glaub, da, da musst du auf einen dieser roten Schalter treten, dann, dann geht da erst was los. Ja, da boxt er, da boxt er. Äh, mach mal hier. Ganz fies. Mainz. Ich... Was willst du denn in Mainz? Was, wie bitter war das denn? Sehr schön. Ah, Gisten. Oh, dieser dämliche Honig, ey, und dann die... Boah, Mann, ey. Wuh. 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 Yes. Das ist ja geschafft. Wuh. Sogar alleine. Ja. Aber das wird doch gar nicht so schwierig. Hey. You mad, bro? Wiktik jetzt wieder mit Fallenpunkten. Äh. Feuer. Feuer. Nein, ich hab doch geklickt. Oh, hast du lang gesagt. Hast du zu lang gebraucht? Ja. Ah, in die Richtung geht das sogar. Tönen. Oh. Kann das wirklich nicht so gebaut hat, ist böse. Kann das irgendwo ankleben? Oh ja, das find ich gut. Ja, da... Oh Gott. Finde ich gut. Ihr seid auch Schweine. Du bist ein Schweine. Ich bin Huhn. Ich bin ein Waschbäuer, was willst du? Sag, sag, nix gegen, 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 gegen Schweinchen. Ich hab die lieb. So ein Fressenkern. Hm. Oh. Der Boxer hat mich schon nervös gemacht. Nein, der Pfeil! Mit der richtigen nächsten Fallenpunkt. Ich könnte kosten. Donk. Äh. Ne, das schafft es. Das ist safe. Ah, gut gemacht. Wurst auf Schuss. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gelang, gelang, ja? Alter, hier grassieren die Fallenpunkte. Was geht ab? Was ist das denn? Das war eine Rakete. Was war denn das? Das war die Rakete. Jetpack, wovon ich gesprochen hab. Ach was, komm. Ja. Okay. Wir müssen erstmal tausend, tausend Handschuhe hier verballern. Das ist die neue Meta, die Handschuhe. Ja. Die Handschuhe-Meter. Ja. Finde ich gut. Mag Handschuhe. Jetzt kommt hier ein Jetpack hier. Soll ich erst probieren? Ne, ich bin tot. Ach, Mann ey. Der Pfeil, ne? Oh! Ja. Oh! Oh! Er kämpft. Oh! Wenn Weg dir nix durchkommt, kriegt er auch Fallenpunkte, wie immer. Ja. Diese Handschuhe. Oh! Ach! Rechtsklughörnchen. Baby hat keine Punkte bisher. Ey, bei mir ist die Luft irgendwie heute raus. Was? Du brauchst mir noch. Ich spiele ja irgendwie nur noch Müll. Du brauchst mir Handschuhe. Ja. Manja toll, Honig oder? Ja, nimm doch Honig. Honig ist doch super. Du weißt immer noch nicht, wie was das mit dem Raketchen auf sich hat. Hoffentlich skeptisch. Oh! Handschuhe in Handschuhe in Handschuhe in Handschuhe. Wenn man die wenigstens irgendwie automatisch auslösen könnte so, ne? Ja, die gefallen mir irgendwie auch nicht. Die werden dann viel lustiger. Nein! Oh, Säge! Nein, Säge! Victor X guckt zu. So ganz genüsslich. Du darfst halt nicht das Ding am Anfang, glaube ich, nehmen, weil sich uns jedes Mal im Pfeil trifft. Ja. So Geduld haben. Oh Gott! Was? Was bringe ich endlich um? Du hast es überstanden. Nicht schlecht. Oh, ja. Oh, zack! Hey, zack! Weil mir leckt er ganz schön. Aber übelst! Der D-Sync ist halt übelst des Zorns. Tja, wir sind alle zu schlecht für diese Map. Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall eine gute Limpa-Genehmigung. Sofort. Easy. Äh, was? Meins. Äh, ich weiß nicht. Soll man dem komischen Ding eine Chance geben? Ich weiß nicht. Fuck it. Oh. Hm. Oh. 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 Ich hab einen Pixel weiter gedacht eigentlich schon. Dann hab ich auch sicher gefühlt. So geborgen und sicher auf dem Ding. Nein! Ich hab das Ding noch nicht getroffen! Ah! Sehr schön! Das Spiel! Richtig beobachtet, wie in dem richtigen Timing das auch noch gekommen ist. Ach, schön! Ja, ja, ja. Eis! Hm, Eis find ich hier auch relativ eklig. Oh ja, auf dem, oh ja, find ich super! Auf dem Säge-Ding drauf! Und Honig! Jawoll! Hä? Sehr gut! Feuers! Aha! Ja, was? Sog schon, als du überlebt. Naja, bei mir ist die Luft raus. Wow, 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 wow! Hm, die Säge, Sägedinger macht es jetzt echt fertig hier. Hm, okay. Ich find, wir sollten das schwieriger gestalten. Ich auch, ja. Ich denke, da geht noch was, oder? Ja, stimmt. Spiel mal Tetris hier. Ihr Schweine! De, 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 de. Ah, kein Problem, wir können das aber weg. Ach, der geht kaputt? Ja, langweilig. Nein! Nein, ich nehm mich. Ich hab ihn schon gesagt. Nein, ich bin so dumm, ey. Das ist unfassbar. Wie, woran bist du denn gestorben? Ha? Wah? Wah, du Idi. Nein! Wah, ha, ha, ha. Hallo, nein! Ah! Fuck Tennis. Das ist so schlecht. Ah, fickt. Ah, er ist tot und bezieht. Hä? Toter überstanden, out of sea. Ach, guck dir die Fallenpunkte an, Alter. Pfeile! Tut die mal schnell, Jörg, ich. Ich find dich gemein. Ich find dich gemein. Warte, 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 warte. Oh, nee, ich zähl los, nein! Doch! Nein! Oh Gott, I want it! Ach, wir hatten da irgendetwas Ratten da gemacht. Alle zwei. Schon gemein. Und der Baby stirbt durch meinen Pfeil. Ja, Luft ist raus irgendwie. Feuer. Puh! Ah, Stachel! Ah, der Subcho macht das, der Subcho macht das. Ah, easy, nice. Jihihi. Für Macht. Danke. Ja, die Handschuhe, die bräuchten irgendwas, wo man die auslösen könnte. Von der Ferne irgendwie so durch einen Pfeil oder so. Oh, Subcho hat's gemacht, Alter! Yeah, ich hab mich für richtig hingesetzt. Nicht schlecht. Dankeschön. Congratulation. Machen wir noch eine kurze Runde? Thank you. Ah, das ist schön gemacht. Mein Gott. Aber wieder unsere komischen Maps. Ist irgendwas entspanntes zum Schluss, sowas wie Hausdächer. Okay. Ja, lass mal Hausdächer. Das ist eine gute Idee. Hausdächer? Okay. Na gut. Ein Klassiker. Ja. Ja. Es sollte noch schneller gehen wahrscheinlich. Na was? Das glaube ich nicht. Dann glaube ich erst, wenn... Wiegt die nächste 20 Fallenpunkte hat. Hm. Du kannst das Tetris haben. Oder den Trampolin. Okay. Ich will den Baby auch nicht immer nur ausschließen hier. Kann man das jetzt schaffen? Ja. Sollte man. Wobei mit dem Honig. Ja. Ich versuch mal hier an der Stelle. Ja, ja. Wow. Ja, komm. Bewegt sich das jetzt mit? Ja, ja. Ja, deswegen ja. Ich schaffe es trotzdem zu sterben. Ja, ja. Natürlich. Hil. Hilfse. 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 Habs überlebt. Was wolltest du uns damit mitteilen Herr Lopirs? Gar nix. Das war ne alt... alte deutsche Sprache glaub ich. Nö, ich habs überlebt. Ich habe es überlebt. portable tática zu... Du seines sowas haben. Na richtig doll k guckmen uns. Wie sollen wir an dieses Ding dran bauen? Okay. Das wird jetzt, wir brauchen noch mal Honig. Wir brauchen noch ein bisschen Honig hier. Ich glaube, da könnte einer sterben und der eine werde ich sein. Ist doch okay. Boing. Easy. Boah. Das war knapper als gedacht, muss ich sagen. Da kann man was draus machen. Also ich finde, unser Gebilde da hat Potenzial. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Baugenehmigung bekommt, aber. Ah, brav, wer scheiß auf den Bogle. Ah, Honig. Immer Honig nehmen, egal was passiert. Ja. Du könntest die Tür, glaube ich, an den Rand kleben da, Subju. Ja, aber. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber. Das ist halt so die Sache. Oh, das ist gut. Ja, wirklich, sehr gut. Klatsch mich ran. Ja, Mann. Das hat Potenzial. Sehr schön. Oh. Ich fühl mich gerade wie beim Mario Maker beim Level machen. Oh, 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 Honig. Oh, 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 oh. Sehr schön, wirklich. Sehr schön. Unser, unser Gebilde macht langsam Sinn. Yo. Da, Honig. Ah, sehr gut. Feuer. Was kann man denn hier noch für Möglichkeiten zum Rand bauen? Das wollte ich gar nicht. Oh, das finde ich gut. Oh, yeah. Okay. Ich bin tot, ihr kriegt Punkte. Oh Gott, das sieht schon ekelhaft aus. Nein. Nein. Das hat mir nicht so schnell geschafft. Oh, war das doof. Oh, das ist doof. Ja, das wollte ich auch machen. Nein. Yay. Aber ich bist jetzt so euphorisch. Oh, das gefällt mir langsam. Oh, Honig. Oh, und Bienen. Aber ich mag Honig erstmal. Honig ist wichtig. Komm, ich baue mal hier, ja? Und jemand kann sein Ding da reinklatschen. Bitte was? Na, da guck mal hier. Honig da, wo ich gemacht habe. So lecker Honig. Wow. Das ist interessant. Aber man kann da durch. Das will ich sehen. Also man kann auch drüber, glaube ich. Ja, guck doch mal, wie der Victinex hier das macht. Das Flughörnchen. Guck mal, easy. Nein. Muss man das mit Anlauf machen, oder wieso hat es bei mir nicht geklappt? Ja, weil ich richtig getimed habe, mein Jump. Also mit Anlauf. Man muss halt auf das Rampolin drauf und dann ja. Also mit Anlauf. Go and jump. Äh, okay. Jetzt hat er es wieder entschärft. Oh, nee, das klappt nicht. Oh, schade. Ich hatte gedacht, ich könnte es nochmal, nochmal bekleben und nochmal bewegen lassen. Ja, es ist jetzt zu leicht inzwischen. Das ist, ah. Mann, das war so schön vorhin. Das war schon Perfektion. Und ich habe damit schon Blutter getrieben. Honig. Honig. Din, di, di, di. Da haben wir doch wieder. Alter, voll wieder gewartet. Ich habe da gerade mal schön Honig drauf gemacht, Mann. Mann. Kunstpanausen. Oh, okay. Okay. Honig. Oh, oh. Die Ecke ist aber furchtbar. Oh, war das knapp. Der eine Block ist ja ekelerregend, Alter. Oh, das sieht ja auch böse aus in der Mitte. Oh, das ist jetzt die Leicht. Alter. Was? Weg. Dafür kriege ich keine Punkte? Nee, was? Das ist bitter, oder? Das ist echt bitter. Wir sind alle zu leicht hier schon inzwischen. Ah. Waschenrad. Sound. Echt, drei, zehn in the morning. Jetzt wird es interessant. Ja, tatsächlich, ja. Ich bin hochgestiegen, aber dann gestorben. Oh, nicht schlecht. Feuerding habe ich gar nicht gesehen. Ja, Feuerding haben wir noch. Ey, das kann man aber schaffen, aber so nicht. Oh, das ist weg. Nein, diese Büsse. Oh, shit. Das war schon Spass. Die Todesmaschine. Entweder gewinnen alle, oder es verlieren alle gerade. Ja, sehr gut. Ah, ich nehme Stacheln, komm. Gefällt mir. Ja, ja, gut, gut, gut. Jetzt bräuchten wir aber nochmal Honig. Ich mag mehr Honig auf meinem Brett haben. Scheiße. Ich mache mal eine kurze Runde. Das war schön. Nein. Und wechseln die. Hoppala. Diese Säge muss ich jetzt aufpassen. Die Säge hast du mir vorhin kaputt gemacht. Ja, Zellos hat es, glaube ich. Außer er macht irgendwas Dummes. Hör auf. Ich spürst du, was ist doch nicht rauf hier. Ja, Mann. Wuhu. Geschlecht. Fuck yeah. Wirklich, ich muss einfallen. Falle, Falle, Falle. Der Gewinn hat durch Fallenpunkte, sage ich euch. Oh, Honig. Ah, wo kann man denn Honig noch hinklatschen hier? Ich will einen schönen Ort haben für den Honig. Hier, da oben drauf einfach. Ist gut. Ich fand voll geil. Ganz enthusiastisch, alle direkt los. Boom. So weggeräumt. Oh. Oh, Barry. Ich weiß auch nicht, was ihr da unten vorhabt, unbedingt. Oh, Subchuale, du Tier. Oh, Subchuale. Okay, jetzt verstehe ich wieder. Nein. Du blöde. Bitch. Das war so gut. Ich hafte da fest an dem Honig. Ich war schon durch. Ich hatte kriege den Bitch-Slam. Hau doch hier rein den Weg. Nix da, VictorDix. Das machen wir jetzt zu hier. Eben, ich grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Hi, Eben. Gar nicht mitbekommen. Ich bin ja so todeskonzentriert bei dem Spiel. Einmal Bienchen hier unten machen. So, dann kommt ihr nicht auf blöde Gedanken. Oh, das ist fies. Oh, sogar noch fehlt. Ja, bei mir ist die Luft komplett raus. Ich bin einfach nur fertig von der Hitze. Das ist schön. Ach, scheiße. Oh, das gefällt mir richtig gut. Oh. Ha. Ah. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Jetzt haben wir es überstanden. Ich weiß gar nicht, ob das die letzte oder vorletzte ist. Oh, oh, oh. Da kommen die Bienen. Da kommen die Bienen. Not the Bienen. Sehr gut. Not the Bienen. Keine Ahnung, wie man da. Die letzte Runde. Ja, bei uns ist es gut. Ein bisschen warm. Wir sind jetzt gerade am Ende des Streams eben. Deswegen ist es schaden, dass du da bist. Aber bei uns geht es allen ganz gut. Ja. Wir hoffentlich auch. Wunderprächtig. So, wo kann man noch was Schönes machen hier mit Honig? Ah, der Honig finde ich hier, finde ich ganz schön. Wer braucht denn hier das Ding? Ja, die ist ja furchtbar. Ich wollte eine entspannte Runde zum Schluss noch haben. Wow. 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 Er hat es überlebt. Oh, da kommt doch fast der Tennisball und hat nicht fast weggeräumt. Oh, da hat sie weggeräumt. Das ist geil. Aber die anderen nicht. Nein. Ja, weil wir geduckt haben. Oh mein Gott. Gut gemacht, Weg den Nix. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Wir haben beide eine Falle gekriegt. Ja, ich habe einen Punkt mehr als der Weg den Nix gehabt am Ende. Echt? Ja. Ich bin verdammter Waschbär, Junge. Richtiger Waschbär. War eine schöne Runde. War eine schöne Tötungsmaschine am Ende. War schön was. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Sehen wir euch beim nächsten Paar beim Ultimate Chicken Horse. Irgendwann wieder ein schönes Spiel. Und ja. Haut rein. Haut rein. Tschüss da. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.